Ich habe Dünger gefunden. Ja, es gibt auch, glaube ich, Tomatensamen. Mein ich mal. So, ist das mal. Trink das mal so. Den Dünger. Ja gut, aber den Dünger. Nee, nicht ganz. So, komm, ich esse jetzt mal die ganze Packung Reis hier. Dünger. Nein, nicht Dünger, Reis. Kann ich den essen? Nee, den kann ich nicht essen. Sagst du, schade, wenn ich da jetzt irgendwie an, weiß nicht, an Düngervergiftung sterben würde. Oh, super, jetzt ist er, oh. Ich habe einen Reis gefressen, jetzt verdurste ich da gerade. Okay, ich habe ein Bücherregal gefunden, das voll mit Büchern ist. Oh, hier sieht es gut aus. Bücher? Nee, das war nur Licht. Stifte, toll. Spitze Stifte. Mit denen kann ich mich auch nicht gegen Zombies wehren. Ah, wer weiß. Ein Stift ins Auge gesteckt. Ich, ja. Aber denk dran, ins Gehirn treiben. Ah, das ist dann ja, wenn sie so lange im Auge steckt, dann kann man ja nochmal schön hinterher drücken. Was ist das denn? Ein Leather Sewing Kit. Cool. Nimm ich mal mit. Dann kannst du ja Schuhe... ...dingsen. Wäre zum Beispiel ganz gut. Ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken. Bist du da gerade am Lauf? Ja, ich bin... Ich habe die Straße gewechselt, in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo hier hinten einen Brunnen finde. Äh, ich... Habe ich aber nicht. Hier gibt es einen Brunnen. Ach, hier war ich doch drin. Hier gibt es einen Brunnen. Ach, ich bin falsch rumgelaufen, so. Hallo, kommst du mit zum Brunnen? Ja, ich komme mit. Weil, äh, er sagt gerade, er stirbt an Dehydration. Äh, irgendwann müsste ich hier rechts zur Straße reingehen. Ich höre einen Zombie. Ja, um den müsstest du dich dann kümmern. Im Notfall. Hier geht eine Straße rein, okay. Ja, und dann hinter dem Linkhaus. Link. Links hinter dem hier müsste... Hier müsste das irgendwie... Irgendwo hier... Ich glaube, das ist hier drüben irgendwo. Da. Ja, ich sehe ihn, okay. Das ist mir die Frage, wie man da jetzt hinkommt. Ganz einfach. Um den Zaun drum rum gehen. Kannst du davon trinken? Nö. Gut. Ich kann nur das Werkzeug nehmen. Verdammt. Willst du dann... Ich habe hier noch 50% in meiner Wasserflasche drin. Ich weiß aber nicht... Ja, komm, gib her. Ich weiß aber nicht... Ja, gib her. Dann trinke ich wohl meinen 17% in der anderen auch noch. Trink alles. So, wenn es gleich kommt, ihm ist kurz übel und dann wissen wir ja. Das war nicht so toll. Aber er meldet sich mal nicht. Er sagt nur, er ist durstig. Nee. Also, es geht ihm anscheinend gut. Okay. Soll ich dir wieder mitnehmen, die Flasche? Zumindest mal... Ja, ich habe ja noch... Ich habe noch Platz im Inventor. Ich kann sie nur... Er hat sie jetzt in der Hand. Ach. Nee. Drink all. Ich habe die Dinger kaputt gemacht. Ja, okay. Wie geht es dem Kerl schlecht? Es wird hier gerade alles grau. Ja, bei mir ist schon die ganze Zeit grau. War ich hier schon in dem Haus? Guck mich nochmal um, ob ich nicht mehr was finde. Hier ist gerade ziemlich wenig Zeug. Ja. Zeug. Er liegt vielleicht daran, dass man hier spawnt. So, ich gehe mal da gerade zur Bahnstation. Ah, ist hier nicht noch ein Polizeidings? Ja, hier ist noch ein Polizeidings. Oh, das könnte unsere... Meine Rettung sein, vor allem. Ah, ich sehe jetzt die Polizeidings. Treffen wir uns da? Ja, ich bin da. Ich bin schon drin. Ich gehe mal noch gerade hier runter an das Lagerhaus. Wir gucken, ob da noch irgendwas drin ist, weil da liegt ja meistens was. Ich bin in der Polizeistatung jetzt. Ja, okay. Kannst du da schon mal rumgucken? Ah, hier sind alle Türen auf. Ein... Was ist das da? Schuhe. Jogging-Schuhe. Oh, ein Seil. Nehmen wir mal mit. I need to drink. Ich würde dir ja gerne was geben, aber ich finde nichts. Noch mehr Schuhe. Ein Hammer. Hier gibt's... Hier gibt's nur Schuhe. Ein Seil. Ein Knicklicht. Ein Knicklicht. Und Spraydose. Knicklicht. Knicklicht. Und ein Seil. Klebeband. Taschenlampe. Super. Das will ich mit... Vom Klebeband werd ich nicht, äh, äh, Sitt. Ich hab einen Pfeil gefunden. Schon wieder? Ja, aber das ist mal ein Pfeil. Kein Bolzen. Ach so. Das ist ein Unterschied. Oh, Phil. Na, Pfeil nehm ich auch mal mit. Ich bin aber immer noch durstig. Ich geh mal ins erste Stockwerk. Äh, hier hinten hast du sonst keine weiteren Häuser untersucht bisher? Ähm, nee. Also ich hab die ersten zwei, drei, die... Was ist das denn? ... als Eingang waren. Die hab ich untersucht. Danach nix mehr. Metal Wire. Nimm mal mit. Metall... Metalldraht. Oh, was man hier nicht so alles findet, ne? Ja, alles außer was... ... zu trinken. Batterie. Ja, gut. Ich kann die Batteriesäure trinken. Das wird mir aber nicht helfen. Oh, ich hab, äh, Rasputin. Das ist gut. Stimmt. Ich hab, äh, ein paar Tappen Gasofen. Eine Taschenlampe. Eine Spritze. Mein Gott. Ich lieg die da mögliche Scheiß rum. Nur nix zu trinken und nix zu essen. So. Was ist das hier? Knicklichte. Oh, was zu essen. Knicklichte. Knicklichte. Äh, was brauch ich denn nicht? Ach komm, Streichwilze braucht kein Mensch. Was zu essen ist wichtiger, vorher. Also zu essen hab ich... Oh, da liegt da. Ist was zu trinken. Oh mein, da hängt... Speit. Spitt. Macht das Ding leer. Spitt. So, hier ist noch ein kleines Lädchen. So, er hat getrunken. Hier steht ganz viel Zeug rum. Er hat getrunken, ist aber immer noch durstig. Das gibt's doch nicht. Ey, hier ist alles. Alles ist hier, aber nix zu trinken und nix zu fressen. So viel Graffiti-Dosen. Und einen Rucksack findest... Findest... Mit Tee, hm? Sag ich dir Bescheid. Ich kann mich gerne melden. Also in der Polizeistation ist gar nix. Null. Nada nisch. Also entweder war jemand hier. Was ich aber nicht glaub, weil der Server wurde ja... Ja, stimmt. War's schon hier in dem... Ich weiß nicht, was ist das Grün ist, aber ich glaub, ist das Grün. Kann ich nicht sagen, wo ich schon überall war. Kompass. Super. Ich bin in der Bar und was find ich im Kompass? Die haben die Häuser ein bisschen nur eingerichtet teilweise, ne? Rotes Knitlicht. Das kann ich auch nicht saufen. Mann. Jeans. Was ist das da? Oh, hier ist eine... Zucchini. Ach. Motorradhelm. Willst du eine Zucchini haben? Ich bin durstig und hungrig. Wäre nicht schlecht. Nimm mal mit. Okay, da muss ich irgendwas rausschmeißen. Achso. Dann... Nee, ich. Dann kannst du mir auch sagen... Nee, jetzt mach ich das hier. Kannst du mir auch sagen, wo du bist, dann komm ich... Oder versuch, dann hinzukommen. Nein. Ist das da? Weapon Cleaning Kit. Nee, hier war eindeutig schon mal jemand. Also, das kann ja nicht sein. Hier stehen überall die Türen auf und es ist nichts zu finden. I really need to drink. Oh, was ist das? Ist das das? Was ist das? Water Purification Templates. Sehr schön. Warum haben die denn die Dinger kaputt gemacht? Ich verstehe das nicht. Eine Kiwi. Ist das was zu... Ich hab was gefunden, womit ich mich wehren kann. Wunderschön. Was ist das? Eine Zeitung oder was? Ein Baseballschläger. Oh, ein Basie. Ja, damit kann ich mich schon mal wehren. Ja. Ich kann ihn nicht nehmen, weil ich sonst meine Wasserflasche verliere, aber ist okay. Eine Spritze und ein Vier-Starter-Kit oder IV. Keine Ahnung. Ich find nichts zu trinken. Ich werd hier ehemalig verdursten. Ich hab Quass. Rasputin Quass. Okay, ich werd nicht verdursten. Ich werd besoffen verdursten. Musst du mir nur sagen, wo du bist. Ich bin in ein Haus reingelaufen. Hier stehen mehr Häuser. Ja. Ich geh nochmal zurück zur Polizeistation. Ja, ich bin gegenüber... Ja, ich seh dich. Aha. Dann stell ich dir jetzt mal... Die Zucchini schmeiß ich dir auf den Boden. Zehn Sekunden Regel. Ist alles. Ja, ich hätte... Vielleicht auch erst was trinken können. In der Hoffnung, dass es... Mich... Sitt macht. Kennst du das Wort Sitt? Ich hab das... Also ich hab das schon mal gehört, aber ganz selten. Das kam auf irgendwann während meiner Schulzeit. Das muss in der 9. Klasse oder so gewesen sein. Vielleicht auch vorher. Da hat der Duden eine Ausschreibung gemacht. Um ein Wort zu finden, das beschreibt, dass man nicht durstig ist. Also wenn ich nicht hungrig bin, sag ich ja, ich bin satt. Ja. Und dann... Aber für nicht durstig gab's zu dem Zeitpunkt... Gibt's für mich auch immer noch kein Wort. Sag mal einfach, ich bin nicht durstig. Ja, und da wurde dann Sitt draus. Sehr gut. So, ich bin ein bisschen die Straße runtergelaufen, weil ich sehe dich. Bist du schon in den ganzen Häusern gewesen, hier auf der rechten Seite? Ja. Okay. Außer in dem letzten dann, ne? Außer in dem, wo ich jetzt drin bin und dem, was dann noch kommt. Dann nehme ich das, was dann noch kommt. Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, da wird nicht viel kommen. Kann nicht viel drin sein. Außer es ist natürlich jetzt wie immer. Ich sag das und da ist natürlich die Bude voll. Hallo. Hallo. Wo ist das Rucksack? Sehr schön. Zack. Jetzt kann ich auch endlich die Wasserflasche einpacken. Da wollte ich schon sagen, du hast sie jetzt nicht verloren, oder? So. Was? Die ist weg? Echt jetzt? Nein. Wo ist die Wasserflasche hin? Wahrscheinlich am Brunnen. Nicht witzig. Ja, die Wasserflasche ist weg. Hast du toll gemacht. Ja. Ich würde jetzt aber nicht hier die Straße weiter hochlaufen, weil da kommt erstmal nichts. Aber gut, dann lass uns mal anders hingehen. Dann lass Richtung... Wow, konntest du das hören? Ja. Das ist eine Katze hier vor meinem Fenster. Was geht denn mit der? Die hat Spaß da draußen. Keine Ahnung. Oder auch nicht. So, ich bin durstig und hungrig. Achso, apropos hungrig. Bist du hungrig? Äh, nee. Nee? Ganz und gar nicht. Nee. Nur durstig. Ja, durstreich. Durstreich. Durstreich? Hab ich jetzt nichts durstigmäßiges? Und dann fresse ich mal hier die Peaches. Aber vielleicht fre ich die Peaches, weil da ist ja immer noch so ein Saft bei. Ja, vielleicht wirst du ja dann weniger durstig. Also als ich gerade Zucchini gegessen habe, da war er dann weniger durstig. Okay, mein Hunger ist weg. Ich bin aber noch durstig. Ich behalte die 50% mal noch da drin. So. So, auf jeden Fall. Man findet alles außer Essen und Trinken. Das ist ja nichts Neues. Davor hat man sonst gar nichts gefunden. Das ist aber richtig, ja. Weil da sind ja auch Neuze. Ich glaube, da kam ich her. Sicher? Ich hab mir zwar nicht alles angekriegt. Da war ich zumindest mal nicht drin. Kürbisse. Kürbinen. Ja. Er will nicht sterben. Okay, Handschuhe. Brauchst du Handschuhe? Ja, ich nehme sie auf jeden Fall mal mit. Spring doch mal. Ach, Kacke. Einknicklich. Eine Batterie. Handschuhe. Handschuhe. Klebeband. Eine Schaufel. Helme. Handschuhe. Was ist das denn da unten? Papier. Ein Vorschlaghammer. Ist gekauft. Ne, ne. Why don't you call me? Wäre wieder so eine Stelle, wo man das einbinden könnte. Da kriegst du direkt, glaube ich, von YouTube auf den Sack. Ja. Knicklichter, Papier. Ja, sonst ist hier nichts Besonderes. Eine Pistol-Flashlight. Komm, mitnehmen. Man könnte ja mal Glück haben und eine Pistole kriegen, ne? Batterie. Ich hatte ja zwei. Ich hatte, ich hatte tatsächlich zwei. Eine Magnum. Den, 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 den. Und? Wo ist der denn jetzt hingelaufen? Ich bin weiter in einem Haus. Haus. In einem Haus? Ach, in dem Haus. Was ist das denn? Und eine 9mm Glock. Was ist das denn? Oh, oh. Weniger Thermometer. Ist das ein, äh, konntest du sagen? Steht leider nix. Ich hab vor kurzem, ich hab vor kurzem mal irgendwas gelesen, das fand ich... Alkohol? Alkohol-Tinktur. Alkohol! Home-Proven Alkohol-Tinktur of Natural Essential Oils. Ich kann aber bestimmt auch trinken. Äh, kann, da stand was. Kann, be used for Disinfection of Scratches and Wounds. Na, mitnehmen. Was ist denn Balaklava? Was so known as... Ah, eine Skimaske.